Hey Leute und herzlich Willkommen zu Miss Survival Staffel 1 Folge 3 der Vergangenheit Lucky hat und mich hier stehen gelassen und jetzt glaube ich war ich auf dem Weg nach Hause, die Kiste mehr, um dann nochmal wieder zu kommen, weil ich im Zwischenzeug hier... Aber ich glaube ich muss mal gucken ob ich hier oben eine Axt finde. Ich kann mal was ausheben. Den Alkohol zum Beispiel, brauch ich grad nicht. Und das hier. Ich muss mal eben gerade gucken. Ohne eine Axt kann ich hier... Ja kurz. Gut jetzt habe ich das voll gemacht aber das bringt mir nichts. Oh, eine Rückseiteinweiterung. War das Feuer rein? Ne, weg damit. Habe ich eh genug. Ich brauch ne Axt, Leute. Das ist mir eher wichtiger als jetzt. Und das ist alles. Schildschild und eine Masse. Und da sind es jetzt. Okay, jetzt habe ich mal ja, das ist ja, aber Ich habe es schon mal in den Händen. Ich habe es schon mal in den Händen. Ich habe es schon mal in den Händen. So, das ist jetzt ein Messer weg. So eine nette Begrüßungsfeuer. Hier habe ich sie auch schon, ich habe sie aber immer noch innen. Da! Sieh, da reicht's, da. Gut, ich muss eh noch was zurück. Vielleicht haben wir Arme schon. Das heißt, wir müssen vielleicht gemeinsam Weihnachten überstehen. Das wird lustig. Ich habe jetzt Holz schon. Daher. 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 Jetzt ist die Nacht so überbrückt. Jetzt mal Wasser mitnehmen. Jetzt wollen wir direkt erstmal das Wasser-Desillator oder was zu trinken haben. Besser. Das war's für heute. Das ist doch ganz okay. Ich höre jetzt noch öfters die Treppe rauf und runter gehen. Ich habe gerade das Tor zugemacht und das ist schwierig aufzunehmen. So, dann kann ich nochmal hoch gehen, das Wasser holen. Wo trägt das hier? Fertig mal. So. Nur noch das Fahrzeug. Jetzt habe ich aber auch hier unten. So. 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 ach ja erst mal was essen und dann direkt was trinken und schon habe ich etwas Platz wieder die Planks habe ich jetzt brauche ich 10 und 5 ich habe einen kleinen Hiddy Hiddy Und hier ist es ein ... Dann ... ich glaube öfters hier unten hoch umlaufen unser wasser wieso auf einmal 11 drin ist das weiß ich jetzt auch nicht ok dann filmen wir uns wieder nach oben ich dachte nur wo es hätte da 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 habe ich kein hammer mehr oder habe ich ihn weggetan ok noch 5 Holz und dann 10 Nägel warte mal da da habe ich die hier so so ok worum es jetzt passt jetzt 1 1 2 1 4 4 4 5 5 4 Okay. Outsch 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 Vielen Dank. Ich fühle es so, dass wir heute nicht alles. Ich bin kein Fan von das. Wenn 4 Uhr ist, dann ist es easy, weil da kommt keiner. So. So, jetzt nochmal das Wasser wieder rein. Jetzt ist es noch einmal ein paar Batterien. Da haben wir noch eine. So Ok. So. So Leute, diese Folge wird ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr euch heute soweit gefallen. Lass gerne eine Bewertung da. Und ich freu mich, wir sind in die nächste Woche einschaltet. Ich sage Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Lucky. Hallo. Haut rein.